Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück. Let's Play XCOM 2 mit mir, Elo. Zeit zum Finden, vier Tage. Schwarzmarkt, Vorräte. Ich wollte jetzt erstmal hier... Ja, siehst du, die Granaten sind schon weg. So, nämlich... Die sind hier nämlich schon weg. Dann nehmen wir jetzt mal den Schwarzmarkt noch schnell. Den brauchen wir auf alle Fälle eh demnächst, um die Magnetwaffen über die Bühne zu kriegen. Noch nicht, bin noch nicht so weit. Das ist jetzt der Ratstypi, ja. Die Position vom Avatar-Projekt ist erstmal unbekannt. Ja, dann sind die Rekruten jetzt auch weg. So, das ist jetzt... Priorität 1. Wir machen auch sofort die Sektoidenautopsie hinten. Gedankenschild ist natürlich jetzt noch nicht so... ...wichtig. Machen wir mal die Advent-Offizier-Geschichte. Nehmen hier den Typen raus. ...und holen uns 5 Elendegierungen. Ja, im Notfall... ...muss ich mir... ...einen... ...muss ich mir ein Dings kaufen. So, nein, Gegenstände herstellen. Waffen. 10 Elendegierungen. Wortsmarkt. Der nix. So, kaufen. Elendegierungen. 30 Info. Meine Technik-Abteilung. Hallo. Hallo, Kommander. Herstellen. Magnetgewehr. Zack. Und... ...Magnetpistole. Ja, schießen tun wir eigentlich nie. Splitterkanone. Streugeschuss. So, das ist die... ...das ist die Schrotflinte. So, Neu-Indien oder 5571. Schauen wir uns doch mal hier unten den Kontakt... ...oder versuchen wir es zumindest mal. Okay. Nochmal. Ich schätze, dass... ...der exakten Position wird jedoch noch eine Weile dauern. Okay. Testbereich ist auch wichtig. Dann hören wir uns mal die... ...Infos hier definitiv noch. Bevor wir da so massiv... ...mit den Skills weiter drücken. Okay. Beutezug. ...überfallen sie einen Advent-Tropentransporter. Ja, hilft ja nichts. Ich würde natürlich auch gerne eine zweite... ...Position nehmen. Aber... ...so. Wir haben hier einen Ranger, einen Ranger, einen Grenadier... ...und einen Spezialisten. Das ist eigentlich ein ganz guter... ...ne ganz gute Aufstellung. Die Scharfschützen lassen wir mal erstmal raus... ...bevor die ein bisschen... ...hochpushen können. Und runter geht's. Neutralisiere alle Feinde, sichere die Vorräte. Hoffentlich sprengen sie die nicht wie nur in die Luft. Das war teuer, aber im letzten Mal. Wir müssen aber zuerst das Gebiet sichern... ...und alle feindlichen Streitkräfte ausschalten. Na dann, runter geht's. Und... ...holen wir uns... ...die Advents. Das Gute ist ja... ...dass wir erstmal... ...nicht... ...nicht großartig zu sehen sind. Ich bin gleich da. Ich würde mal irgendwie als Vorteil... ...sehen würde. Bin unterwegs. Dann vielleicht hier hin. Okay. Okay, wir sind hier ganz am Rand... ...der Karte. Ist das eine Schlauchkarte oder geht's nur... Okay, es geht eher in die Richtung, ja. Das heißt, ich hab mich jetzt einfach nur... ...in die falsche Richtung... ...bewegt. Und drehen wir vielleicht mal. Ich hätte sonst gedacht, dass die Karte sonst eigentlich immer relativ... ...gut schon in die richtige Richtung zeigt, aber... ...ohne die zuforderliche DNA zeigen diese einst als dünner Mann getarnten Kreaturen... ...nun ihre wahre Form, die einer reinen Reptilien-Spezies. Da sich die Aliens nicht mehr verstecken müssen, brauchen sie... ...und in welche Richtung die sich... ...bewegen. Können wir vielleicht sogar noch ein Stück... ...Luft machen. Ja, relativ frei hier noch aus. ...und los jetzt. Ziehe los. Ich habe hier feindliche Aktivitäten. Hm, okay, und da ist noch ein Pack. Bestätigt. Überwachung läuft. Ergebe mich zu dieser Position. Scane Gebiet. Okay. Wird hier oben Patrouille gelaufen. Die laufen da hinten, Patrouille. Jetzt bin ich natürlich unten. Die oben. Ziehe los. Mir entgeht nichts. Bestätigt. Aber sich jetzt vielleicht auch erst mal noch ein bisschen umzugucken. Feuerschutz. Ist auch nicht das Schlimmste. Wir müssten jetzt nur... Wenn ich jetzt hier runtergehe... Wenn ich entdecke. Okay. Wenn ich hochgehe auch. Außer ich gehe... Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Dahin. Dahin. Ja. Bin dabei. Feuerschutz. Okay, jetzt gehen sie wieder runter. Sieht zwar so ein bisschen so aus, als würde ich mich hier zum Affen machen mit dem ständigen Hin und Her gelaufen, aber... Irgendwas ist ja immer. Schade. Biete Feuerschutz. Verstanden. Rück aus. Augen auf. Verstanden. Bin unterwegs. Verstanden. Halte die Augen offen. So. Gerade die da drüben, der Dreierpack. Würde mir sehr gelegen kommen, wenn wir die nicht... Wenn wir die gleich mal in die Luft springen könnten. Aber nein. Die bewegen sich... Zu falsch. Da... Bis dahin werde ich nicht kommen. Bis dahin werde ich wohl kommen. Aber... Ich würde gern die Kiste und... Äh... Kiste da nicht unbedingt kaputt machen. Ja, das ist doch gut. Naja. Äh... Wir fangen doch... An mit dem, was wir... Weil der muss sich potenziell da noch rausbewegen. Du könntest hier... Bin unterwegs. Ein zweites... Stand... Fein, Fein. Fein. Und los geht's. Fum. Naja. Nein, sie haben uns entdeckt. Und sowas natürlich gleich mit... Na... Mit so einer richtigen Ladung... Das wird nix. Da komme ich niemals ran. Drei. Drei Runden. Sowas hatte ich nämlich hier befürchtet. Genug gewartet. Ja, sechs ist... Zu wenig. Verstanden. Bin unterwegs. Ich denke mal granatenmäßig wird das nix. 72, 72. Nehmen wir erst mal den. So, haben wir noch... Drei als unmittelbare Bedrohung jetzt da. Und mindestens er kann... Also, die werden jetzt schon eklig sein. Weil... Ja, sowas. So. Drei. Boah. Ausgleichung. Bewusstlos. Iiii. Gut. Ja, das ist mal noch eigentlich relativ klar, dass das hier mit dem Umschlingen noch so ein Problem ist. Warte mal, der ist auch so schon verschießbar. Ja, Sonngrill hätte ich ja vorher mir gewünscht. Ah, vielleicht kann ich da doch noch... Es bewegt sich noch. Ja, Sonne 68... Da gibt's mir natürlich jetzt... ...Gor nix. Hm... Ja, der muss weg. Gegen den Schwerttypen da oben kann ich sowieso nix machen. So, 95, wenn das nicht... Hm... Haha, 95 Prozent, wenn ich krieg... Nicht wirklich, oder? Und... Hm... Betäubung 1 nochmal. Okay, das wird dann wieder ne relativ teure Geschichte. Zumal... Der auch noch recht gut Schaden macht. So, der ist mit diesen Betäubungswaffen... Das ist schon... ...nicht... ...un... ...übel. So, nach 95, jetzt 93. Ja, und der ist dann natürlich gleich mal für 10 dabei. Die Waffe verschlingt meine Munition! Fünf bis sieben. Oder... ...alternativ... ...von hier... Nicht los! Sind da fünf bis sieben mit einer Chance auf den Krit, ein Gut. Ne, auf keinen Fall ein Krit. Definitiv nicht. Die Waffe verschlingt meine Munition! Okay, aber wenigstens sind wir nicht... War, stand doch eins dran, oder? Naja, okay. Will mich nicht... ...beschweren. Feind am Boden! Hoher Munitionsverbrauch! So, und jetzt... ...kommt der spannende Teil. Mal irgendwo... ...und sind noch welche. Begebe mich zu diesem Munition! Ich glaube, da kann ich, glaube ich, Ihnen nicht so richtig was machen. Bereit für den Angriff! Ich würde erstmal... ...bei mir selber... ...Hand anlegen wollen mit dem... ...Kremlin. Hätte erst nachladen sollen, ne? Los, heilen! Ne, okay. Waffe geladen! So, irgendwo... ...gibt es hier noch... ...Aliens. Ich rücke aus! Hm, ne... ...nützt uns nichts... ...drei oder drei. Medizinischer Modus! Und danach gehen wir in den Feuerschutz. Gebe Feuerschutz! So, selbe hier... ...selbe hier. Da drüben hat sich was besitzt! Okay, sind also auf der anderen Seite. Kommen sogar. Haben wir uns gesehen. Wie das... Na, das war schon mal ganz gut. Für den da hinten. Die stehen sogar so, dass man da... ...ne gemeinsame... ...Linie machen könnte, wenn die Richtung passt. Das müssen wir mal gucken. Hm. Nimm ich... ...so was hier. Ja. Kanata unterwegs! Mannes 1 5, achten Sie auf die Vorratskisten. Wenn Sie zerstört werden, können wir später nichts mehr im Gebiet dagen. Okay, das war so ne Vorratskiste gerade, oder? Geht klar! Hm. Könnte aber auch alles andere gewesen sein. Endlich! 36 für volle Deckung, ne. Ah, lieber sowas. 48... 48... 58... Ja. Guck mal, 58 könnte was gehen. Zack. Umgebrezelt. Naja, so richtig klar war das nicht. Aber bewegen muss er sich jetzt? Nein, muss er nicht. Nein! Oh, ich hätte doch den anderen heilen sollen. Na ja, gut. Dafür geht das Ding jetzt in die Luft für 4. Okay. Haben wir unseren Dings verloren. Nicht gut, nicht gut. Das ist nicht gut. Aber gut. Hilft ja jetzt nix. Müssen wir irgendwie durch. Und... Drei Verwundete. Ein Gefallener. Na ja. Gut. Schauen wir uns das in der... ...nächsten Folge definitiv mal an, was wir damit anfangen können. Schönen Dank erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Im Ktofa! ははは. Im Ktofa!